Game Keys Game Cards Gold und Credits MMOGA Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen Moin Leute, mein Name ist Herbert von GamerTV Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Eurotrack Simulator 2 Ja, ich muss jetzt gerade noch spontan so Ja, auf Topic reden Weil ich habe vergessen, das Lenkrad dran zu schrauben Lang ist es, aber nicht dran geschraubt Ist sonst schlecht zum Fahren irgendwie Naja, was soll's So, ist ja schon dran Weiter geht's hier mit dem Speisereis Richtung Paris Ich habe keinen Schimmer, wo wir sind Zwei Tage jetzt nichts getan Und... Moment, Husten So Lasst mich kurz überlegen, wo wir aushängen Ich habe keinen Schimmer Wenn ich ehrlich bin So Wie ihr seht, habe ich einen kleinen Mod installiert Dass die Sitzposition etwas weiter weg ist vom LKW Und... Ja, ich werde den jetzt mal ausprobieren In dieser Folge Wie der euch gefällt Wie der mir gefällt Und wenn er uns allen ganz gut gefällt Und wir kommen damit ganz gut klar Dann wird er uns auf Ewigkeit begleiten dürfen Bis jetzt gefällt er mir ganz gut Ich finde das ganz nett, dass man hier mehr sieht Finde ich nicht schlecht gemacht Auf jeden Fall Aber wie gesagt Wir werden sehen Wir werden das alles noch sehen Ob das uns gefällt oder nicht Ach ja Wie ich das Wetter hier vermisst habe Genau wie gestern war ich in Köln Und... Boah, das Pisswetter da Also auf dem Weg hin War grausam Ich sag's euch Es war wirklich am Klatschen Wie sonst was Es war schon nicht mehr schön Und ich habe echt gedacht Dass der Tag ins Wasser fällt Aber Ja, zum Glück Ist das Ganze nochmal gut gegangen Und es ist nichts passiert Weder ins Wasser gefallen Noch sonst was Es ist noch immer gut hier jange, ne? Äh, so Hier müssen wir links rum Irgendwo Wenn's da mal kommt Was doch Ach ja Ich liebe ja die Grafiken schon immer noch Von dem Spiel Aber es ist extrem ungewohnt Mit dem Mod zu fahren Das merke ich schon Auf jeden Fall Ach ja Ja, wie geht's eigentlich Euch allen so momentan Alles fit im Schritt Alles cool in Kabul Und ja Ich hoffe euch allen geht's soweit gut Mir geht's blendend momentan Ich bin relativ gesund Hab keine Probleme im Leben So muss das sein, meiner Meinung nach Und nicht anders Irgendwo war doch hier ein Blitzer Wenn ich mich nicht höre Der wird mich kacken So schnell wie ich fahre Ich wette drauf Obwohl, ich glaube In dieser Folge werden wir es schaffen In Paris anzukommen Wenn ich überlege Wir sind noch In England Von England aus Werden wir dann Mit dem Schiff Ein paar Kilometer Zurücklegen Und ich bin schon guter Dinge Dass das funktioniert So, wie sieht's mit dem Sprit aus Noch 645 Kilometer Kommen wir damit Ausreichend also Ja, die Ansicht ist wirklich Sehr gewöhnungsbedürftig Weil aber auch Alles andere kleiner ist Wie die Anzeigen vorne im Display Und so Alles sehr klein geraten Haben wir gerade hier Schreibtischlicht angemacht So Wollang müssen wir Wunderbar Er hält auch Freien 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 Er hält auch sehr nett an Netterweise zumindest Ist das ein Pisswetter Das ist doch echt nicht mehr Normal Pisswetter Ah, der Mod ist nicht ausgereift Nächste Folge ist er raus Aber der gefällt mir auch nicht Wirklich so Von der Aufmachung her So Ja, wunderbar Hat ja aufgehört zum Plätschern Ach ja Jetzt geht's hier wieder Auf dieser wunderschönen Landstraße entlang Dann überholen wir doch mal Spontan Würde ich sagen Ja Hier ist niemand Dann überholen wir Man, 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 man Mal gucken, ob ich in diesem Part Schaffe, rechtzeitig anzukommen Ich glaube schon Wir haben nur noch 260 Kilometer vor uns Jetzt kommt noch die Zug Oder die Schifffahrt Ich weiß nicht, welcher Hafen Also welche Anlegestätte das ist Ich glaube aber Es sieht danach aus, dass es Wow Ist der denn bescheuert Was ist es? Tunnel Also Zug Schade Na ja So Hab ich es angesagt Ach ja So Da vorne geht's rein Wunderbar So Anhalten Wunderbar Aufbrechen Los geht's Und 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 Wir sind da Wir sind da So Jetzt mal gucken Wir sind noch Ach ja Das schaffen wir locker in der Folge Glaube ich Hoppla Ach ja Die Strecke ist dennoch Wenn man das so überlegt Ziemlich weit Hier fahren wir einmal rum Oh es ist schön gemütlich heute die Fahrt Wahnsinn Schlimm 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 Wunderbar Hat ja geklappt Ach ja Endlich wieder in Frankreich Nicht mehr in England Wo alle verkehrt rumfahren Sondern hier fahren alle mit Verstand Mit Vernunft rum Die haben Ahnung von dem Wesen Straße Ups Falscher Knopf Entschuldigung Mann, 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 Herbert Immer die falschen Knöpfe am drücken Schlimm Ich bin auch dabei Momentan wieder die Thumbnails einzustellen Und so Ist halt A little bit mehr Arbeit als Alles andere Aber macht nichts Ich mach's gerne Ihr könnt immer auf meinem Kanal vorbeischauen Dort seht ihr dann auch Wie die Bilder so aussehen Und so Hätte ich auch für sie gefallen Euch So Unterbremsen hier Für die Maut So Und kipp Gummi Komm Ah, das ist super nett Dass ich hier jetzt vorbeifahren darf So Nur 144 Kilometer Dann haben wir's geschafft Wahnsinn Dann ist die Fahrt auch beendet Und Ja, dann mal gucken Hä, was für soll's nächstes nehmen Vielleicht entscheidet ihr dann mal In den Kommentaren Also Jetzt bin ich gerade Etwas am überlegen Ja, ja Ich hoffe, ihr habt alle natürlich überlebt Die kurzen Tage Übrigens Recht Rechts Ein Zug Total geil gemacht Ähm Die letzten zwei Tage Hatte ich ja keine Videos Montag und Dienstag Aus dem Grunde Dass ich auch ein bisschen Privatleben mir gegönnt habe Und ja Dafür müsst ihr Verständnis aufbringen Ist ja nicht mein Hauptberuf hier Was ich hier mache Das hier ist eigentlich Hobby Und es macht ja auch tierisch Spaß Ich muss jetzt nur Die ganzen Kommentare Natürlich nachlesen Und alles Und Ja, das dauert halt seine Zeit Bis ich euch antworte Oder so Ja Wie findet ihr eigentlich auch Mein aktuelles Hitman Let's Play Ähm Ich bin von Hitman Absolution begeistert Bis jetzt Ich habe jetzt nur eine Folge Auf petto Die werde ich dann auch Nachher noch hochladen Das ist die Wo wir in Thermius sind In dem Hotel Und den Typen da Finden sollen Beziehungsweise Erstmal das Zimmer 8 Weiter Habe ich noch nicht Mehr am Kopf Und ja Mal gucken Wie das Ganze So ablaufen wird Wir sind aber relativ schnell Unterwegs Da geht's eigentlich 120 km Brauchen wir ja nicht mehr So lange Bis wir angekommen sind Glaub ich Ne Dürfte jetzt relativ schnell gehen Erstmal Licht aus Das brauchen wir momentan nicht Dankeschön Super freundlich von manchen Dass die einfach ausweichen Oh mein Gott War das schnell Ich weiß nicht Mit wie viel Kampen haben wir gerade Um die Kurve gezogen sind Aber es war ordentlich So Jetzt wollen wir da vorne Platz machen Ein bisschen Weil wir wollen ja Gleich durch Wie gesagt Es gibt jetzt immer Zwischendurch mal Folgen Wo ich ein bisschen Schneller fahre Wie jetzt Zum Beispiel Oder es gibt Zwischendurch Folgen Wo ich nicht Schneller fahre Sondern ganz Gemütlich fahre Das ist immer so Launenabhängig Würde ich mal sagen So So, dann haben wir ja wieder Freibahn, wie ich sehe. Hey, wir sind ja gleich schon da. Wahnsinn. Das ging schnell. So, wir sind in Paris gleich. Hoffe ich zumindest. Mal gucken. Da vorne ist es. Ja, tatsächlich. Wir sind gleich angekommen. Wunderbar. Hat auch eine gewisse Zeit gedauert, muss man dir mal sagen. Wir bleiben hier auf der linken Spur. Können wir schon Gas geben. Hier stört uns keiner. Falls doch, blinken wir an ganz kurz. Dann passt das. Bis jetzt noch keine Strafe, kein Fehler. Nichts passiert. Ich bin ja selber relativ von mir beeindruckt. Nicht zu schnell gefahren oder so. Und Paris. Wir sind drinnen. Wunderbar. Das ist natürlich super. Endlich mal in Paris und endlich mal Blitzanlagen oben. Und ding, ding. Ach ja, ich hasse Blitzanlagen. Ich hasse dich so dermaßen. Ich hasse dich so dermaßen. Wenn wir brav das Licht anmachen im Tunnel. Ups, das war nicht das Licht. Ich war brav. Ich war auf den Blinker. Äh, den. Ich bin auf jeden Fall froh, wenn wir uns den größeren Motor jetzt leisten können. Das ist so die nächste Anschaffung, die ich vorhabe. Um einfach, ähm, wenn ich schneller fahren möchte, einfach, äh, noch schneller die Möglichkeit habe, ans Ziel zu kommen und so weiter und so fort. Das ist also Paris. Ah ja. Ein bisschen mehr Mühe hätten die sich für Paris ja geben können. Ach ja. Endlich mal abliefern hier. So. Zack. Wunderbar. Ausgezeichnet. Wahnsinn. Geile Scheiße, man. So. Ähm. Ja, wir wollen fahren. Denn. Ich dran komme. So, wo ist die nächste Reparaturwerkstatt? Beziehungsweise. Und, äh, wir wollen dann ein wenig zurück. Äh, da vorne geradeaus, also. Der wollte abbiegen. Das habe ich natürlich nicht gesehen, aber macht ja nichts. Ist ja nicht so schlimm. Wartung dürfte alles soweit okay sein, außer vielleicht die Reifen, genau. Die repariere ich jetzt aber nicht. Aufrüstung, ja, genau. Und der Motor, bitte. Nein, er ist ab Level 14, ist der nächste. Fuck. Okay. Okay, dann halt noch nicht. Und dass der kosten wird, weiß ich auch noch nicht, aber das sehen wir dann irgendwann. Äh, so. Eine Sonnenblende bräuchte ich noch. Die ist uns ja irgendwie abhandengekommen. Die sieht ganz nett aus. Das passt, das passt. Auch alles okay aus. Auch alles okay aus. Hier vorne ist die Sonnenblende jetzt dran. Das haben wir schon dran. Ähm. Gibt es da den Punkt noch? Genau. So, da kommen zwei Lichter dran. Und vorne drin kommen dann Runde. Nein, Runde sehen jetzt nicht aus. Die Kleinen. Die sind alle zu groß. Dann machen wir es so. Erstmal so. Und am Rand kommen die da. Das sieht gut aus, ja. So, können wir es lassen. Äh, so. Das passt, das passt. Das will ich nicht. Lackierung möchte ich jetzt gerne mal ändern. Äh. Okay, das geht anscheinend noch nicht hier. So, die Sachen bestellen wir uns dann schon mal. Und Lackierer. Ich hätte gerne meine Farbe, die ich jetzt die ganze Zeit haben wollte. Nämlich diese. Und es ist egal, was es kostet. Die nehm ich jetzt. So. Wunderbar. Und Leute, wie findet ihr ihn? Ich find ihn total geil. Äh. Das sieht doch nett aus. Ja. Passt. Sitzt, wackelt, hat Luft. So. Hoppla. So. Und dann parken wir hier vorne. Gut, Leute. Mein Name ist Herbert von GamerTV. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Eurotalk Simulator 2. Und tschüss, bis dahin.